ja hallo liebe messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal in dem heutigen video möchte ich euch ein messer vorstellen dass ich vor ja schon einiger zeit erworben habe und das ja das ist ein messer was mich wirklich wirklich begeistert hat und auch immer noch begeistert und da dachte ich dass es einfach wert dass ich euch das noch mal genauer vorstelle wie ihr schon seht handelt es sich um ein modell der marke joker joker spanische firma mit sitz in alba fette ja joker eine firma die eine echt große bandbreite an messern haben sowohl taschenmesser jagdtaschenmesser traditionelle taschenmesser einfache arbeitstaschenmesser aber auch ein echt großes sortiment haben an feststehenden messern outdoor messer bushcraft messer feststehende jagdmesser ja von klein bis mittel bis groß also da da ist echt also wenn euch das interessiert geht mal auf die homepage oder schaut einfach mal so auf den üblichen handelsplattform für messer da werdet ihr sehen dass die wirklich ganz viel im sortiment haben das hatte ich euch ja schon öfter mal hier gezeigt mein joker bushcrafter ein ganz tolles messer ein wirklich hervorragendes messer und was bei joker halt auch so eine klasse sache ist die haben halt echt eine tolle preispolitik und tolles preis leistungsverhältnis auch hier so eine einfachen messer das hatte ich euch auch schon mal vorgestellt ja ganz einfache traditionelle arbeitsmesser ähnlich wie man sie aus den französischen regionen kennt so hatten auch die spanischen regionen ihre ja ich sag mal typischen messerformen je nach landstrich und das halt einfacher wie sagt einfache arbeitsmesser aber tolle dinger und wirklich für einen absolut schlanken taler zu bekommen ja aber um diese soll es heute nicht gehen heute möchte ich euch das modell cocker vorstellen joker beziehungsweise nc 47 joker hat ja immer noch so eine abkürzung für seine messer aus einem ja ich sag mal zweistelligen buchstaben und zahlencode das jetzt hier das nc 47 das cocker ist ja ich sag mal klassisches jagdtaschenmesser ähnlich wie zum beispiel so ein back 110 ja auch ein klassisches jagdtaschenmesser oder die modelle von fox das 210r zum beispiel und das cocker ist halt eins aus einer serie verschiedener jagdtaschenmesser die alle ja ich sag mal mit mit hunden namen benannt sind ja cocker also vom cocker spaniel abgeleitet beziehungsweise da halt die das 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 erste wort benutzt und das ist es das gibt es in verschiedenen ausführungen das gibt es auch mit holzgriff beschalung verschiedener art ich habe mich aber für das modell mit hirschhorn entschieden einfach weil ich das ja weil es eben ein jagdtaschenmesser ist einfach so passend ist da eben dann ja kein holz zu nehmen sondern tatsächlich das klassische hirschhorn wie man das von den früheren solinger modellen kennen von hubertus zum beispiel oder von solchen firmen wie puma das hat einfach was und ja da werden jetzt einige sagen oh das ist ein tierisches produkt ich gehe mal stark davon aus dass das hirschhorn ja dass der hirsch nicht geschossen wurde nur um diesen messergriff herzustellen sondern dass das entweder zuchttiere sind beziehungsweise dass da tatsächlich im vordergrund also ein ein ja ich sag mal ein interesse im hintergrund steht das jetzt nicht unbedingt nur auf das geweih abzielt es könnten auch verlorene stangen sein das weiß ich nicht muss ich ehrlich auch sagen so weit geht es dann bei mir doch nicht es ist ein tierisches produkt ja ich finde es trotzdem passend und einfach schön für dieses messer gewählt das cocker kommt als backlog verriegeltes klappmesser mit einer ordentlich strammen feder also da müsst ihr schon ein bisschen kraft aufwenden das ganze hat keinen half stop und rastet sehr satt ein das ganze kein klingenspiel von links nach rechts kein klingenspiel von oben nach unten die klinge sitzt bombenfest das ganze ist eine vernieterte konstruktion sowohl die klingen achse als auch die liner mit den griffschalen sind komplett verpinnt da ist nichts geschraubt ein sehr sehr schönes modell ja fangen wir mal mit der klinge an wir haben hier eine drop point klinge in einem mattierten finish auf der show side ziemlich groß das label beziehungsweise das firmen logo und den schriftzug joker das dürfte ja für meine begriffe auch kleiner sein aber sei es drum kann ich mit leben auch der modellname cocker hier noch mal ziemlich groß auf der klinge auch das wünscht ich mir ein bisschen kleiner dann haben wir hier noch die stahlbezeichnung ja ihr seht schon wir haben hier den altbekannten deutschen messerstahl den 1.416 ja das kennt man von vielen herstellern gerade aus soling viele messer hersteller nutzen also viele küchenmesser hersteller nutzen diesen stahl der ist grundsolide der hat eine vernünftige standzeit den kriegt man mit einfachen mitteln wieder scharf der lässt sich sehr scharf ausschleifen ist sehr rostbeständig also ein grundsolider stahl sicherlich kein hochleistungsstahl aber das ist ein arbeitsmesser und ein arbeitsmesser ja das brauchen stahl der relativ lange scharf bleibt und der sich aber auch relativ einfach auch im feld sage ich mal wieder auf eine gute schärfe bringen lässt von daher ist das finde ich gut gewählt für dieses messer der 1.41 16 auf der rückseite haben wir nix die ist komplett clean ja die klinge kommt im voll hochgezogenen flachschliff wir haben hier eine klingen stärke von 2,8 mm und hinter der phase ist das ganze wirklich fein ausgeschliffen also hier sind wir irgendwo so im bereich 0,45 0,47 mm das ist wirklich ein sehr ordentlicher wert für dieses messer die ganze klinge geometrie ist halt auch so also allein schon die blattstärke hier oben von unter drei millimetern und es läuft dann wirklich fein aus nicht so super fein es ist jetzt kein super slicer aber es ist auf jeden fall von seiner klinge geometrie her schon mal sehr schneidfreudig und das ding kam ab werk wirklich 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 scharf ich habe es jetzt schon eine weile benutzt ich habe das auch schon mal über einen keramikstab gezogen auch schon mal über das leder gezogen und damit wieder eine schärfe herstellen können die ist wirklich die ist wirklich wirklich gut das gefällt mir richtig gut wir haben hier eine schleifkerbe hier war man ricasso das ist alles ordentlich gemacht die verarbeitung generell im gesamten die ist wirklich gut und jetzt kommt der kracher dieses messer in dieser ausführung mit den hirschhorn griffschalen die kostet ja je nachdem wo man es kauft zwischen 60 und 70 euro und damit liegen wir halt immer noch im budget bereich finde ich und gerade für ein messer was komplett in europa also in spanien gefertigt ist mit diesen materialien und dieser verarbeitung ist das ein absoluter knallerpreis das muss man einfach mal sagen dazu ist es 42 a konform es ist ein zweihand öffner verriegelt zwar aber es halt ein messer was als zweihandmesser konzipiert ist von daher 42 a konform und unterliegt damit nicht dem führverbot das ist wirklich schön gemacht wir haben hier backen aus edelstahl die sind schön verschliffen man sieht die pins definitiv nicht das ist sehr ordentlich gemacht die griffschalen sind sehr schön angepasst wir haben hier keinerlei spaltmaße auch wenn man ich habe es mal wirklich gegen starkes licht gehalten und versucht da irgendwo durchscheinen das gegenlicht zu finden lediglich hier hinten am backlock da kam ein bisschen licht durch ansonsten das ganze sehr plan sehr ordentlich keine scharfen kanten hier oder irgendwas überstehendes das ist alles sehr sehr ordentlich gefertigt die platinen die bolster die rückenfeder die griffschalen alles sehr schön angepasst sehr schön miteinander verschliffen das ist wirklich wirklich gut gemacht vor allem wenn man dieser hat überlegt das ist ein messer was 60 euro kostet und komplett in europa gefertigt wird auch die pins sind hier gut eingeschlagen und gut übergeschliffen das ist auch alles sehr 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 ordentlich gemacht der einzige kritikpunkt den ich an dem messer habe aber das hat man bei vielen dieser dieser klassischen taschenmesser die platinen sind hier nach innen ziemlich scharfkantig das hört ihr auch da bleibt der die haut hängen das ist eine ziemlich scharfe kante man kann da nicht reinrutschen man kann sich im prinzip auch nicht schneiden aber wenn ich das messer habe und doch mal beim arbeiten der finger hier hin und her rutscht so wie jetzt das ist dann schon unangenehm gut dem kann man relativ schnell abhilfe schaffen ein bisschen feines nass schleif papier und dann einfach hier zwei drei mal an den an dem rand des liners lang gefahren und dann ist das ganze behoben aber das ist tatsächlich was wo ich sage das hätte jetzt nicht die welt gekostet das einfach die die platinen hier kurz an zu phasen dass die eben nicht so scharfkantig sind sei es drum für 60 euro ist das trotzdem absolutes bombenmesser auch hier ihr seht dass die die schalen gut angepasst schön symmetrisch haben eine schöne maserung fühlen sich auch sehr wertig an sind noch mit einer lackschicht überzogen also das ist wirklich sehr wertig und sehr sehr ordentlich gemacht wir machen mal schnell noch ein paar größen vergleiche mal zu einem back 110 folding hunter da seht ihr von der klinge sind wir da sehr ähnlich der griff beim back ist ein bisschen länger beziehungsweise wenn ich die wirklich mal übereinander halte gar nicht mal so viel länger ja also da haben wir schon relativ ähnliche abmaße oder mal zu einem 91 mm modell von victorinox hier mein handyman also da seht ihr das ist kein kleines messer das kocker das ist schon ziemlich ausgewachsener brocken wir werden das auch gleich beim wiegen noch sehen dass das ja ja ein outdoor taschenmesser ist als vielleicht ein edc taschenmesser schauen wir uns mal schnell die maße an wir haben hier eine geöffnete gesamtlänge von bisschen über 20 zentimetern der klingenlänge von über hier wirklich bis ganz nach unten gehen von 9,4 cm effektiv scharf haben wir hier ungefähr 8 cm also ein sehr ordentlicher wert damit könnt ihr definitiv was anfangen sowohl im jagdlichen bereich ist das sehr ausreichend an klingenlänge an schneiden länge aber halt auch für ich sag mal als outdoor taschenmesser aber sicherlich auch als taschenmesser fürs food prepping wenn ihr unterwegs seid ich sag mal für leichte outdoor und bushcraft arbeiten sicherlich auch zu gebrauchen da muss man halt nur ein bisschen vorsichtig sein aufgrund der doch relativ feinen schneide dass es halt nicht für ich sag mal härtere arbeiten herangezogen werden kann da das versteht sich eigentlich von selbst aber um ein bisschen was zu schnitzen um ein bisschen holz zu bearbeiten für feinere arbeiten schnitz arbeiten holz arbeiten auf jeden fall auch gut geeignet kommen wir zum gewicht ja und da scheiden sich dann eben die geister das ist halt ein messer das habt ihr gesehen ja durch die edelstahl backen die sind halt haben schon gewicht das hirschhorn ist jetzt auch nicht das leichteste material ist halt kein g10 oder oder canvas micata das wiegt halt schon ein bisschen mehr weil es ein recht dichter werkstoff ist wir haben hier eine klinge die halt auch mit ich sag mal knapp neun zentimetern oder bisschen über neun zentimeter halt auch nicht die kürzeste ist von daher wiegt das ganze natürlich auch ein bisschen was wir schauen uns das mal an was das ganze auf die waage bringt wir sind hier da stimmt irgendwas nicht ich glaube ich habe die falsche einheit drin ah ja ich habe unzen unzen wollen wir natürlich nicht so jetzt haben wir gramm jetzt gucken wir uns das ganze noch mal an 157 gramm das ist natürlich schon 56 57 das ist natürlich schon ein ordentlicher wert ja das back wiegt da dann noch mal ja noch mal ein zacken mehr also das sind noch mal knapp 50 gramm mehr aber hier habt ihr hat man natürlich schon ordentliches gewicht dass das muss man einfach sagen und da kann ich durchaus verstehen dass da auch der eine oder andere sagt als edc ist mir das einfach zu schwer es hat halt auch kein clip man müsste das also das ding so in der hosentasche zu tragen das glaube ich das wäre auch ja brauchst du schon eine große hosentasche und ich glaube das ist halt auch nicht dass das ist richtig um dieses messer zu transportieren also da bräuchte man schon eine tasche ähnlich wie vielleicht beim back so ein gürtel etui das ist standardmäßig nicht dabei das messer kommt einfach nur in diesem standard karton nur einem plastiktütchen verpackt da ist halt nichts weiter mit bei und von daher ja könnte ich verstehen wenn der ein oder andere sagt als outdoor taschenmesser als jagdbegleiter wunderbar aber als edc nicht ich habe das ich habe verschiedene andere lederholz da habe ich dass ich glaube ich habe eins von puma genommen da habe ich das reingetan hat sich wunderbar gemacht und das ist halt direkt am gürtel das merkt ihr halt nicht so als wenn es in der hosentasche ist oder ja von daher also ich trage das halt auch so mit mir rum und wie gesagt das ding ist 42a konform ihr dürft es tragen und mit 60 euro einfachen toller toller preis ja fazit für ein messer dieser preisklasse wirklich absolut toll wir haben hier mit dem 141 16 einen vernünftigen alltagstauglichen stahl wir haben eine wunderbare hirschhorn beschalung hier als als griffmaterial das ist auch toll gemacht wir haben wirklich gerade für ein taschenmesser was auch noch größtenteils in handarbeit gefertigt wird eine tolle verarbeitung kann natürlich sein dass ich jetzt auch ein tolles modell erwischt habe ja also wer da andere erfahrungen schreibt mir das gerne in die kommentare aber was ich jetzt zu diesem modell sagen kann wirklich eine tolle verarbeitung ja auch der klingen stand ist ist sehr ordentlich nicht hundertprozentig mittig aber wirklich wirklich gut ja da gibt es außer wie gesagt die die scharfkantigen platinen zur innenseite gibt es da absolut nichts zu meckern und das ist eine klare empfehlung von mir wer jagttaschenmesser ein autortaschenmesser sucht bedingten edc taschenmesser sucht im klassischen style ähm ja der ist mit dem joker cocker absolut gut beraten vor allem in dieser preisklasse ja das war's auch über einen daumen nach oben freue ich mich natürlich über ein abo freue ich mich über einen kommentar freue ich mich und ja dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen vielen dank fürs reinschauen und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.